Herzlich willkommen zu Gottes Spuren. Theologiestudium, Pastoralkurs, Diakonen- und Priesterweihe, Kaplanszeit und dann viele Jahre Pfarrseelsorge. Dies ist der klassische Werdegang eines Pfarrers. Ein Seelsorger, der einen etwas anderen Weg als Priester genommen hat, ist der Mainzer Diözesanpriester Monsignore Joachim Schrödel. Und auch seine Gemeinde, für die er 20 Jahre lang zuständig war, unterscheidet sich von gewöhnlichen Pfarreien. Über seinen Werdegang und seinen Dienst als Auslandsseelsorger im Nahen Osten bis zu seinem Ruhestand. Und darüber hinaus möchte ich mich nun mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen, Monsignore Schrödel. Grüß Gott. Als Auslandsseelsorger sprechen Sie ja fünf Sprachen, unter anderem Arabisch. Könnten Sie da mal vielleicht eine kleine Kostprobe auf Arabisch geben? Dann sage ich einfach Und was heißt das Ganze jetzt auf Deutsch, bitte? Guten Morgen, Herr Doktor. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass wir über Ägypten sprechen können. Wunderbar. Vielen Dank für die Übersetzung. Also es klingt sehr authentisch aus deutschen Ohren herausgesehen. Jeder kann sich vorstellen, was ein Pfarrer in Deutschland macht, welche seelsorgerlichen Aufgaben er hat. Aber was ist der Alltag eines Seelsorgers in Kairo? Zunächst einmal unterscheidet er sich eigentlich gar nicht von einem normalen Seelsorger in Deutschland. Wir haben jeden Tag die Heilige Messe. Wir haben Erstkommunionunterricht, Firmenunterricht, Seniorenarbeit, all das, was damit so zu tun hat, wenn man über eine katholische Gemeinde spricht. Bibelarbeit, am Abend vielleicht Versammlungen, Gespräche miteinander, Fahrgemeinderatssitzung oder Pastoralratssitzung, wie es bei uns heißt. Und dennoch ist es natürlich anders, denn sie sind in einer 20-Millionen-Stadt und die Menschen wohnen über mehrere hundert Quadratkilometer entfernt. Und dann bedeutet das für manche Anwege von zwei Stunden oder auch für mich, wenn ich zu den Leuten fahre, wir fahren pro Tag etwa hundert Kilometer. Im Jahr 2011 haben Sie sicherlich sehr bewegte Wochen gehabt, zur Zeit des arabischen Frühlings. Sie waren jeden Tag auf dem Tachirplatz, haben dort auch die Aufstände beobachtet. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Das Gemeindezentrum, wie man das manchmal so sagt, ist bei uns die Deutsche Schule der Borromäerinnen. 400 Meter vom Tachirplatz entfernt. Und das bedeutet natürlich, wir waren unmittelbar betroffen. Man brauchte eigentlich gar nicht vorzugehen zum Platz, sondern man hatte vor der Haustür all das, was sich über diese vielen Monate ereignet hatte. Es waren sehr spannende, sehr, ja zum Teil auch angstmachende Situationen, in denen wir waren. Und gerade in diesem Umbruch wusste man nicht, in welche Richtung es sich bewegt. Etwa genauso weit 400 Meter hinter unserem Haus, also der Schule der Borromäerinnen, ist das Innenministerium gewesen. Und das bedeutete natürlich Demonstrationen auch bei der Schule. Oftmals mussten die Schwestern sogar erleben, dass Rauchbomben in ihren Hof geworfen worden sind, Tränengas geflogen ist, etc. Es war eine ganz schwierige Situation, aber trotzdem war sie damals so voller Hoffnung. Nach dem Motto, endlich haben wir eine Phase des Autokratentums überwunden. 29 Jahre sind vorbei und wir gehen in einen neuen Frühling. Dass das heute sich völlig anders darstellt, wussten wir damals noch nicht. Wie hat sich die Situation der Christen durch den Arabischen Frühling geändert? Tja, wie gesagt, ich mag gar nicht mehr vom Arabischen Frühling sprechen. Die Situation heute, also in 2016, ist so, dass wir sagen können, seit zwei Jahren gibt es einen neuen Präsidenten. Die Zeit eines islamistischen Präsidenten hat genau ein Jahr gedauert und war eine sehr finstere Zeit für uns. Nicht nur für uns als Deutschsprachige, sondern natürlich erst recht für die Christen und auch für die Muslime, die dort eben im Land leben. Und seit zwei Jahren haben wir das Gefühl, dass sich etwas geändert hat, vor allen Dingen für die Christen. Die Christen haben weniger Angst vor Muslimbrüdern, denn die Muslimbrüder sind wieder verboten worden. Es gibt natürlich noch Anschläge gegen den Staat, oft genug von Seiten der Muslimbrüder. Aber die Christen, wenn ich jetzt also als ägyptischer, als koptischer Christ reden würde, würde ich sagen, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei und Gott sei Dank gibt es Herrn El-Sisi. Andererseits als Demokrat muss ich schon sagen, die Zeiten haben sich auch nicht zum Positiven geändert, was demokratische Ansätze anbelangt. Die Tatsache, dass er versucht, die Ägypter, die ägyptischen Muslime an den Rand zu stellen eher oder wegzusperren, bedeutet natürlich auch, dass dann journalistische Freiheiten, Demonstrationsfreiheit etc. quasi nicht mehr gegeben ist. Und bei einem Land, wo die Hälfte aller Bevölkerungsmitglieder 25 Jahre und jünger sind, kann man verstehen, dass da ein großes Potenzial auch drin ist, der Enttäuschung und auch der Suche nach einem Fortschritt, der derzeit etwas gehindert ist. Bestand in den letzten Jahren, vor allem 2011, irgendwann einmal die Gefahr für Leib und Leben für Sie? Es gab mal einen Überfall, aber das hatte wahrscheinlich nichts direkt mit der politischen Situation zu tun. Ich selbst bin eigentlich immer so ein relativ mutiger Mensch und bin auch in den Zeiten, wo man dringend abgeraten hat, auf den Tahrir zu gehen oder in Menschenansammlungen zu kommen, trotzdem immer dahin gegangen. Ich gehe ja immer als Priester zu erkennen und das ist ein gewisses Schutzschild auch. Man achtet einen katholischen Priester vielleicht mehr, als man ihn hier in Deutschland achtet. Kommen wir nun zu Ihrem Werdegang. Sie sind in Mainz geboren, aber in Dresden aufgewachsen. Wie haben Sie das kirchliche Leben in der ehemaligen DDR in Dresden als Kind erlebt? Eine Zeit, die mir in ganz lebendiger Erinnerung ist. Ich bin mit zwei Jahren dorthin gekommen. Da hat man natürlich noch keine Erinnerungen, aber dann war ich insgesamt neun Jahre in Dresden. Also die ganze, wie man heute sagt, kirchliche Sozialisierung habe ich dort mitbekommen. Und ich war zum Beispiel Ministrant und der einzige Ministrant in meiner Klasse. Alle anderen mussten morgen sagen, für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit. Und ich habe mich geweigert, das zu sagen. Und im Zeugnis der Klasse 5 stand dann bei mir drin, seine Distanzierung vom Klassenkollektiv wird sich in Zukunft negativ auswirken. Also man wusste schon, auf was man sich einlässt, wenn man katholisch sein möchte, wenn man Christ sein möchte. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich die Kraft bekommen habe, nicht zuletzt natürlich durch meine Eltern, da deutlich zu sein und wahrhaftig zu sein und auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Vielleicht ist da auch schon irgendwo mein Priestertum zugrunde gelegt worden. Und ich bin dann mit neun Jahren wieder nach Hause zurückgekommen. Ja, Sie sind mit Ihrer Familie übergesiedelt, wieder nach Mainz zurück. Wie leicht oder wie schwer war es für die Familie, die Erlaubnis dafür zu bekommen? War natürlich ganz schwer. Mein Vater hatte ursprünglich bis 1961 einen Auftrag an der heutigen Universität in Dresden. Dann kam der 13. August 1961 und er durfte vier Jahre nicht mehr übersiedeln. Also vier Jahre waren wir eigentlich gefangen. Die Eltern meines Vaters starben beide und mein Vater durfte nicht zur Beerdigung fahren. Und dann etwas für mich heute noch sehr Prägendes. Wir haben die Ausreisegenehmigung bekommen am 24. September. Und das ist nach dem alten Kalender der Tag Maria Mercedes. Maria vom Loskauf der Gefangenen. Und das prägt mich also heute noch so, dass ich der Gottesmutter dankbar bin dafür, dass wir wirklich heraus durften, ganz legal, wir mussten alles aufschreiben, was wir mitnahmen. Also mein Vater hat natürlich das gemacht, Listen geschrieben, Bücher, jedes Buch musste aufgeschrieben werden per Titel und dann durften wir wieder nach Hause. Mit 20 Jahren sind Sie dann ins Priesterseminar in Mainz eingetreten. Welche Erfahrungen waren da ausschlaggebend dafür? Ich bin erst etwas kirchenfern geworden, muss man leider sagen. Aber das ist auch wichtig in der Biografie drin. Nachdem ich aus diesem kommunistischen Regime in die Freiheit entlassen worden bin und dann plötzlich gemerkt habe, dass die in Mainz, in der Pfarrei, in der ich dann da angemeldet war, gar kein großes Interesse mehr daran hatten, dass eine Schar von Ministranten da war, die aber sehr widerwillig dann gekommen sind, habe ich plötzlich auch irgendwo die Lust am Glauben verloren. Das kann ich schon so ausdrücken. Wir sind dann von Mainz Richtung Alzey weitergezogen und dort war ich kirchlich gar nicht mehr angebunden. Bis an einem Tage ein Kaplan mich so auf relativ rüde Weise angesprochen hat, nach dem Motto, du bist doch auch katholisch, wieso sieht man dich denn nicht in der Kirche? Das fand ich ganz interessant und ich war natürlich erst mal skandalisiert. Wie kommt der dazu, mich da so anzusprechen? Aber es hat mich doch nicht in Ruhe gelassen und bin dann doch mal hin und zur Messe. Das war kurz vor dem Abitur eigentlich und dann plötzlich hat es mich wieder gepackt, überwältigt, wie das im Alten Testament heißen würde. Und ich habe gespürt, doch, du hast Fehler gemacht, du hast den Weg fast verlassen und ich war wirklich auch jahrelang nicht mehr zur Kirche. Ich habe das einfach nicht mehr im Blick gehabt und dann ging es wieder weiter. Also ich bedanke mich heute noch bei dem Kaplan, der leider verstorben ist. Mit sanfter Gewalt hat er sich gerufen. Ja, genau. Ihre spätere Tätigkeit als Auslandseelsorger hat sich schon ein bisschen abgezeichnet während Ihres Theologiestudiums. Da haben Sie ja ein Jahr in Jerusalem studiert. Welche Eindrücke hatten Sie im Heiligen Land gesammelt? Das war natürlich wirklich auch wieder eine Gnade. Also ich laufe sowieso von Gnade zu Gnade in meinem Leben. Die Gnade aufgenommen worden zu sein in einen Bewerberkreis, der doch sehr groß war. Und dann hatte ich Glück, da ein Stipendium zu bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Für ein Jahr oder sieben Monate auf der Dormizioabtei in Jerusalem. Das Studienjahr existiert heute noch. Heute ist weit über 40 Jahre dieses Studienjahr. Ich war damals im vierten Studienjahr. Und natürlich als jungen Theologen die Möglichkeit geschenkt zu bekommen, nach Jerusalem zu fahren, zu fliegen und dort so viele Monate zu bleiben und zu studieren, war überwältigend. Und da hat es mich auch schon gepackt, so ein bisschen in den Orient hinein. Ich habe damals schon ein bisschen Arabisch gelernt und natürlich Hebräsch, weil wir das auch brauchten dort. Und es war eine faszinierende Zeit. Ich werde nie vergessen, als ich von Mainz aus das erste Mal mit Jerusalem telefoniert habe. Denn es hieß, man sollte dann Bescheid sagen, wann man ankommt mit dem Flieger. Und dann stellt man sich als junger Theologe vor, du telefonierst jetzt gerade mit Jerusalem? Was ist denn das? Jerusalem ist ja eigentlich eine theologische, mehr denn als eine geografische Qualität. War sehr, sehr schön. Und die Monate waren großartig und sehr erfüllend. Nach Abschluss Ihres Theologiestudiums in Mainz sind Sie dann nicht den klassischen Werdegang weitergegangen. Sie haben sich nicht zum Pastoralkurs angemeldet, sondern haben erst mal eine Auszeit sich genommen. Warum wollten Sie nicht Pfarrer werden? Ich wollte schon Priester werden, aber das mit dem Pfarrer sein, wollte ich erst mal ein bisschen ruhen lassen. Denn ich war doch sehr fasziniert von den Mönchen in Jerusalem, von der Dormitio-Abtei. Und ich habe damals dem Regens gesagt, irgendwo spüre ich in mir, ich muss mich prüfen, ob der liebe Gott mich vielleicht als Mönch auf die Dormitio haben möchte. Und der damalige Regens war sehr, sehr offen und freundlich und hat gesagt, ja schade, aber gehen Sie mal. Das ist natürlich eine sehr menschliche Qualität. Dann war ich einige Monate dort, ich glaube sieben oder acht Monate als Postulant. Und dann hat man schon gespürt, habe ich gespürt, der Beruf zum Priestertum ist wahrscheinlich da, aber der monastische Beruf eben nicht. Das wäre mal zu eng. Ich brauchte mehr Missionsgebiet vielleicht. Das habe ich dann bekommen schließlich. Am 18. Juni 1983 wurden Sie zum Priester geweiht in Mainz. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag? Also um mit Papst Benedikt zu sprechen, es war der schönste Tag meines Lebens. Und das werden wahrscheinlich die meisten Priester sagen. Ein überwältigender Tag, an dem ich Weihbischof Rolli zum Priester geweiht habe. Gott, Gott hab ihn selig. Er war ein großer Weihbischof bei uns in der Dürzöse. Und mit mir natürlich auch nicht nur zwei oder drei Priester, wie es heute so ist, sondern zehn Priester, die dann vor dem Altar lagen und von der Gnade Gottes beschenkt worden sind, den Dienst als Priester zu tun. Das ist heute noch, ich denke, eigentlich täglich an diesen Tag auch der Weihe selber. Nach einigen Jahren als Kaplan und als Lehrer sind Sie dann 1995 umgezogen nach Kairo. Wie kam es, dass Sie diese Aufgabe bekamen, als Auslandsseelsorger in sechs Ländern tätig zu sein? Der liebe Gott tut nichts anderes als fügen. Und so war es auch eine Fügung, dass ich als Religionslehrer am katholischen Gymnasium St. Lioba in Bad Nauheim so ein bisschen mit in der verbandlichen Lehrerfortbildung gearbeitet habe. Und eines Tages war ich in so einer Fortbildung und dann sprach mich ein Kollege an und sagte, ach, Ihnen merkt man so an, dass Sie den Nahen Osten lieb haben. Es ging um ein nahöstliches Thema. Und ich sagte, ja, da werde ich vielleicht auch mal dort sterben. Und dann sagt er, warum wollen Sie da sterben? Ich weiß, ich habe einen Kollegen, der arbeitet in Kairo an einem deutschen Gymnasium und die suchen nach einem Priester, nach einem Pfarrer und finden keinen, kriegen keinen von Deutschland. Wäre doch was für Sie. Ja, und dann ging das über ein paar Monate hin und her. Natürlich war der Bischof nicht unbedingt begeistert, dass ich weg wollte. Aber das war damals natürlich auch schon Kardinal Lehmann in großer Offenheit, hat zu mir gesagt, wenn Sie meinen, das ist Ihr Ruf, dann gehen Sie mal. Und ich habe keinen zeitlichen Vertrag bekommen, sondern einfach geh hinein in die Welt. Das ist außergewöhnlich. Sie leiteten die Auslandseelsorge in sechs Ländern, in Syrien, Jordanien, Libanon, im Sudan und in Äthiopien. Mit welchen Herausforderungen waren Sie da konfrontiert? Also das Schwierigste war immer die Logistik. Sechs Länder, fünf Länder zusammenzubauen mit den entsprechenden Vorbereitungen. Das ging damals im Anfang noch gar nicht richtig, denn es gab noch nicht mal E-Mail. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Dann kam irgendwann mal die E-Mail und es wurde etwas einfacher. Auch das Handy hat uns dann etwas erleichtert, die Arbeit, sodass man kommunikationstechnisch schneller geworden ist. Aber die Anfangsjahre waren wirklich schwierig. Man hat hauptsächlich telefoniert, aber ich habe in meiner Wohnung in Kairo kein internationales Telefon gehabt. Also deswegen musste ich noch zur Zentrale des Telefonbetreibers und dann Telefonate ankündigen. Also sechs Länder unter einen Hut zu kriegen, ist dann schon schwierig. Vor allen Dingen, es ist auch nicht einfach, immer wieder aus Kairo weg zu sein. Kairo war natürlich die Hauptstelle, auch die meisten Katholiken, die dort leben. Auch heute haben wir noch etwa 2.000 bis 3.000 Katholiken vor Ort in Kairo, deutscher Zunge, Schweizer und Österreicher. Die anderen Länder haben wesentlich weniger Katholiken, aber dennoch wollten sie betreut werden. Und Äthiopien ist so weit entfernt von Kairo, wie München von Kairo entfernt liegt. Also es sind halt doch immer weite Strecken, die man fliegen musste. Die anderen Strecken sind etwas kürzer. Und die Menschen sind jeweils ganz unterschiedlich dort gewesen, obwohl sie alle römisch-katholisch waren. Aber sie haben ganz andere Erfahrungskontexte, in denen sie lebten und auch andere Sorgen und Nöte. Aber es war natürlich auch gerade da die Herausforderung, stets auf der Höhe der Zeit zu sein und nicht mit alten Konzepten zu kommen, sondern zu schauen, was braucht ihr, auch seelsorglich, auch liturgisch sogar, in welchem Kontext feiern wir die Heilige Messe. Wie ist es mit der Ausbildung der Firmlinge etwa? So hatten wir es durchaus so gemacht, dass wir in Äthiopien die Firmlinge zusammen mit den Konfirmanten, wenn ich nicht da war, gemeinsam ausgebildet haben. Sprich, das hat der evangelische Pfarrer gemacht. Das war nicht schlecht. Vielleicht in den Ohren deutscher Bischöfe, vielleicht ein bisschen seltsam. Aber wie anders konnte man das machen, denn als deutsche Seelsorger? Und das haben wir dann über E-Mail konnten wir dann ganz gut uns austauschen, sodass der evangelische Pfarrer, glaube ich, nicht allzu viele Heresien gelehrt hat. Sie haben nun über diese 20 Jahre ein Buch geschrieben, der Titel heißt Mit Segenskreuz und Handy. Was wollen Sie mit diesem Titel zum Ausdruck bringen? Das Segenskreuz, ich habe jetzt keins bei mir, ist das Kreuz, das jeder Priester der orientalischen Kirche in der Hand trägt, um damit zu segnen. Wir als Katholiken segnen mit der Hand normalerweise. Dort wird mit dem Kreuz gesegnet. Und das Kreuz wird dann auch geküsst, verehrt, orientalischerweise. Handy wiederum ist was ganz Modernes. Kommunikationsmittel. Also für mich war das eine ganz interessante Kombination zu sagen, das eine ist die Tradition einer priesterlichen Präsenz. Das andere ist die Frage, wie kann diese Tradition auch noch weiter durchgesetzt werden? Wie kann sie verlebendigt werden? Und das ist halt, da ist das Handy heute doch noch immer noch das Zeichen der Kommunikation. Wobei ich es nicht immer nur schätze. Ich bin auch mal ganz froh, es auszuschalten. Jetzt zum Beispiel während der Sendung. Im Vorwort Ihres Buches schreiben Sie, Begegnung bewirkt Veränderung. Welche Begegnung hat zum Beispiel Sie im Nahen Osten besonders verändert? Da gibt es so einiges, was ich nennen könnte. Ich sage Ihnen relativ spontan mal so eine Begegnung, eine Erfahrung, die ich hatte, und zwar mit dem Islam. Die Muslime, das wissen Sie, die beten in eine Gebetsrichtung nach Mekka. Und wir waren ja eigentlich auch orientiert. Also der lateinische Ritus hat in den Osten hin zur aufgehenden Sonne zelebriert. Dann gab es das Zweite Vatikanische Konzil und aus welchen Gründen auch immer. Plötzlich drehte man den Altar herum und schaut dann die Menschen heutzutage an, jedenfalls in den meisten Fällen, sodass der Altar eine gewisse Barriere auch ist zwischen dem Priester und den Gläubigen. Ich kann positiv sagen, es ist der Mittelpunkt, wie auch immer. Nur ich habe da einmal eine Erfahrung gemacht, dass mir jemand sagte, der als Muslim in dieser heiligen Messe war, wo hast du denn da gebetet? Du hast ja gar nicht gebetet. Du hast doch immer mit den Leuten gesprochen. Weil er sprach kein Englisch oder auch kein Deutsch. Von daher hat er nicht gehört, dass ich natürlich auch manches zwar zu den Leuten gesprochen habe, aber dabei gebetet. Und dann kam mir die Idee, ich sollte ihn das nächste Mal mitnehmen in den außerordentlichen Ritus, den ich auch zelebriere, jeden Sonntag um sieben. Und dann sagte er, ja, das habe ich, jetzt habe ich gesehen, du hast gebetet. Du hast dir die Leute nicht angeschaut. Also das sind solche kleinen Dinge, die irgendwo tief in mir sich verwurzelt haben. Man kann von anderen Religionen sogar wieder etwas Neues lernen. In dem Fall sogar vom Islam. Begegnung verändert, glaube ich, immer, denn der eigene Standpunkt sollte schon fest sein. Aber der Blickwinkel vom Standpunkt aus, der sollte sich etwas öffnen. Das ist jedenfalls meine große Hoffnung. Der christlich-islamische Dialog, über den wir ja gerade sprechen, da ist Ihnen ein großes Anliegen. Und Sie haben vor 20 Jahren sogar ein Institut gegründet, das diesen christlich-islamischen Dialog befördern soll. Wie hat sich das Verhältnis der beiden Religionsgruppen in den letzten 20 Jahren entwickelt? Es ist nicht einfacher geworden. Der Islam hat sich in den letzten Jahren mehr prononciert, also geschärft, mehr differenziert, aber auch mehr, leider muss man so sagen, radikalisiert. Wenn man jetzt im Sinne des Islam sprechen würde, könnte man durchaus sagen, der Islam hat versucht, ad fontes zu kommen, zu den Quellen. Was steht eigentlich wirklich im Koran? Und vieles, was man heute auch schmerzlicherweise erleben muss, hat natürlich die Basis im Koran. Dazu kommt, Dialog ist natürlich etwas, was wir ganz anders verstehen, als etwa im arabisch-muslimischen Kontext. Ich kann mit einem Muslim nicht auf Augenhöhe reden. Das müssen wir uns erst noch mal in unseren Hirnen einbrennen. Ich kann als Christ nicht fordern, dass der Muslim mich auf gleicher Höhe akzeptiert. Dann würde er seinen eigenen Glauben desavouieren. Denn der Glaube des Islam sagt, unser Glaube ist die Letztoffenbarung im 7. Jahrhundert an Mohammed. Das, was im Koran steht, ist Wort Gottes. Und das andere Wort Gottes, das Neue Testament oder das Alte Testament des Judentums, sind verfälschte Formen geworden. So wird mir der Muslim sicherlich als etwas Höherstehendes begegnen wollen. Andererseits kann auch ich sagen, ich möchte natürlich den Muslim von der Wahrheit meines Glaubens überzeugen. Ich will mich nicht überheben, aber ich möchte Mission betreiben. Ich möchte missionarisch ihm sagen, was mein Glaube ist. Ich kann es also nicht herunterbrechen auf den kleinsten Nenner, sondern ich muss wirklich sehen, dass ich sagen kann, wir müssen uns ehrlich begegnen. Und dieses Gespräch ist manchmal so schön, vor allen Dingen dann schön, wenn ein Muslim mir sagt, weißt du, willst du nicht doch lieber Muslim werden? Dann verstehe ich, was er eigentlich denkt. Dann ist er ehrlich. Im Jahr 2014 endete Ihr offizieller Auftrag als Auslandsseelsorger im Nahen Osten. Aber Sie sind dennoch in der Markus-Gemeinde in Kairo geblieben. Was hält Sie in Kairo? Die Menschen und Jesus Christus. Die Menschen, weil sie Jesus Christus brauchen. Unsere Verkündigung kann ja nicht am 1. August 2014 beendet sein. Und die Menschen, gerade etwa die deutschsprachigen Frauen, die mit Ägyptern verheiratet sind, oder auch die Familien, die mit Kindern kommen, sie sprechen mich an und sagen, wir brauchen Seelsorge. Das Letzte ist die Tatsache, dass der deutsche Botschafter, der jetzige deutsche Botschafter, zwei kleine Kinder hat, die zur ersten Heiligen Kommunion vorbereitet werden müssen. Ja, wer soll es denn machen, wenn keiner da ist? Wenn aber fünf evangelische Pastore in Ägypten sind, und dann ist das Unverständnis groß. Warum schließt man hier eine Gemeinde? Ich möchte es nicht vertiefen. Ich bin nur nach wie vor schon negativ berührt über die Tatsache, dass man da ohne Dialog einfach gesagt hat, hier, das beenden wir. Es ist traurig, aber mein Bischof Lehmann hat mir die Chance eröffnet, weiter zu bleiben, eben als Pensionär, wo ich meinen Wohnsitz frei wählen kann. Und es hält mich wirklich die Gemeinde und es hält mich Jesus Christus und vielleicht auch ein bisschen die Liebe zum Orient. Anstelle eines Nachwortes haben Sie in Ihrem Buch eine Begebenheit erzählt. Vielleicht können Sie auch jetzt nochmal diese Begebenheit kurz skizzieren. Es ist mir schon öfters vorgekommen in den letzten Jahren, dass ich die Messe, die Vorabendmesse am Samstag, zur gleichen Zeit hielt, wo der Gebetsruf des Islam erschallt. Und das, was ich wirklich erlebt habe und was ich einfach innig weitergebe und immer wieder darüber nachdenke, bei der Elevation der heiligen Hostin nach der Wandlung, dem Leib des Herrn, plötzlich ruft der Muezzin Allahu Akbar. Gott ist größer, Gott ist der Größte. Wie auch immer man das dann zu übersetzen hat. Und ich empfinde das nicht als Kampfruf, sondern irgendwo auch als Bestätigung in dem ganz speziellen Moment. Ich weiß sehr wohl, dass dieser Ruf auch missbraucht wird, gerade auch in unserer Zeit und in diesen Wochen und Monaten, um damit zu rechtfertigen, Attentate gegen Christen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir unseren christlichen Glauben gut leben, auch der Islam mehr Respekt bekommt. Ich habe nie disrespectful, also ohne Respekt jemanden erlebt, sondern immer wurde mir klar vermittelt, du bist ein Mann Gottes, dich habe ich zu respektieren. Und auf dieser Schiene laufe ich jetzt weiter. Und ich hoffe, dass der liebe Gott mir noch viele Jahre gibt, in denen ich das weiter tun kann. Monsignore Schrödel, das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Und recht herzlichen Dank für Ihren Dienst und Ihr Zeugnis als Auslandseelsorger im Nahen Osten für die deutschsprachigen Katholiken. Und vielen Dank für Ihren Besuch bei Kirche Not in München. Dankeschön, war sehr gerne hier. Das war Gottes Spuren mit Monsignore Joachim Schrödel. Schön, dass Sie eingeschaltet hatten. Wenn Sie noch mehr von ihm und über ihn erfahren möchten, können Sie sein neues Buch lesen. Es trägt den Titel mit Segenskreuz und Handy. Das Buch ist im Patrimonium Verlag erschienen und ist im Buchhandel erhältlich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und behüt' Sie Gott. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020